Ja, hat ein bisschen gedauert, aber werfen wir nochmal einen Blick auf meinen MPPT-Controller. Ja, er lebt immer noch. Ich habe inzwischen so ein I2C-ähnliches Gewurschtel hinbekommen, womit ich die Daten auslesen kann. Und habe dann nach und nach das Ganze auf dem Steckbrett hier verfrachtet und den Fehler hoffentlich gefunden. Ja, der Fehler ist mein MOSFET-Controller. Der verträgt nämlich maximal 20 Volt und hing in der Originalbeschaltung direkt an der Solarzelle. Hm, Solarzelle im Leerlauf liegt schon mal über 20 Volt und offenbar hat er das nicht ganz so gut vertragen. Ich habe jetzt mal die Stromversorgung umgebaut. Der Controller zieht jetzt vom Akku. Das sollte wohl hoffentlich gehen. Der liegt ja so ungefähr bei 12 Volt und ist damit noch im Bereich, der akzeptabel ist. Und zum Debugging habe ich jetzt hier schon mal die Spannungen aufgezeichnet, so in der letzten Zeit. Und wenn wir hier drauf schauen, sehen wir zwei Linien in meinem Volkszähler. Eine rote und eine grüne. Die rote ist die Versorgungsspannung von der Platine selber, sprich später der Akku. Am Anfang 7,5 Volt, da war ich schon mal mit dem Labornetzteil dran. Und dann sind wir ungefähr so bei 11,5 bis 12 Volt. Das ist dann direkt von der Solaranlage, die momentan halt keine Zelle dran hat, sprich also mein Netzteil versorgt. Man sieht so ein paar Drops. Das ist halt, wenn ich Beleuchtungen in größere Räume angeschmissen habe. Die ziehen dann doch ein bisschen mehr, als er vertragen kann. Und wir haben in grün vor allen Dingen das, was interessant ist, die Solarzelle selber. Ja, wir sehen am Anfang halt den Drop, wo es dunkel geworden ist am ersten Tag. Und ja, so kurz vor 8 Uhr wurde es dann wieder hell. Spannung sieht soweit ganz okay aus. Wir sehen halt hier auch mal, wie schon erwähnt, der Ausschlag nach oben. 21,14 Volt Max war offenbar genug, um zu grillen. Und ja, ansonsten, ich habe mal die Spannungen gegengemessen mit meinem HP 3478A. Was ja eine relativ hohe Messgenauigkeit hat. Und ja, so im Bereich über 12 Volt bin ich ungefähr 0,1 bis 0,2 Prozent. In dem Genauigkeitsbereich, wenn es da drunter geht, geht es schon mal bis zu einem Prozent hoch. Das erklärt dann auch eventuell die minus 0,08 Volt, die angeblich da in die Solarzelle oder von der Solarzelle gekommen sein sollen. Das funktioniert nicht. Minus hammer nicht. Aber ja, Spannungen sind auf jeden Fall genau genug, denke ich, für meine Berechnungen. Als nächstes werde ich dann jetzt mal den Stromsensor wieder anklemmen und einfach mal fix auf 12 Volt das Ding hier laufen lassen. Momentan hängt nur eine 10 Watt Zelle dran, die kann nicht allzu viel kaputt machen. Und dann gucken wir mal, ob wir da auch ein paar Ampere Messwerte rausbekommen und ob die auch halbwegs genau sind.